Hallo, ich bin der Adrian und ich mache eine Lehre als Bankkaufmann. Ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil wir mit unseren Produkten dem Kunden wirklich behelfen können und ich merke, dass uns unsere Kunden wirklich vertrauen. Bei persönlichen Beratungsgesprächen beraten wir unsere Kunden, wenn es um neue Kunden helfen geht und wir bekommen auch schon sehr bald das Vertrauen, dass wir unsere Kunden über Gold, Sybar und Platin informieren. Auch wenn es um den Bereich Online-Wenken geht, beraten wir unsere Kunden bei Fragen zu unserer Melbe-App. Wenn du unseren Lehre-Beruf spannend findest, schau gerne auf ein persönliches Gespräch vorbei. Wir freuen uns auf dich!